Wenn es um das Thema taktische Ausrüstung, taktische Holster, taktisches Zubehör geht, dann kommt man um den israelischen Hersteller Phobos im Regelfall eigentlich nicht vorbei. Phobos ist einer der großen, die sehr viel für das israelische Militär produzieren. Unterschiedlichste Holster, unterschiedlichste Magazintaschen, sonstiges Zubehör. Auf dem Tisch ausgebreitet seht ihr eine Auswahl der unterschiedlichen Produkte der Firma Phobos. Wir fangen mal hier ganz kurz oben in der linken Ecke an. Dort sehen wir zum Beispiel ganz links reine Open Top Holster, die ich euch auch schon mal vorgestellt habe, in zwei Varianten. Diese hier sind beide für die CZ75, aber Vorsicht, man sieht am Abzugsbügelbereich, das ist, sag ich mal, ab der Transitional, also eine Stufe nach der mit dem runden Abzugsbügel. Wir haben hier zwei Varianten, wie gesagt, einmal die Variante als Paddle, einmal die Variante als Belt Side, das heißt mit Gürtelschlaufe für unterschiedlich große Gürtel. Ich verwende so ein Holster selber, allerdings mit Druckknopf für meine Walter PK 380. Also die Glock 17 Variante zum Beispiel, passt für die Walter PK 380. Direkt rechts daneben haben wir ebenfalls jetzt Open Top Holster mit einstellbarer Retention, was bei den beiden linken nicht möglich ist. Wir sehen im unteren Bereich unter dem Abzugsbügel die Einstellschraube, um den Widerstand im Holster einzustellen, wie stark dieser sein soll, um die Waffe aus dem Holster ziehen zu können. Weiterhin geht es, das ist jetzt, sag ich mal, etwas für zivile Beamte, Personenschützer etc., all die, die eine Waffe verdeckt führen wollen. Zum Beispiel in diesem Fall mittels IWB-Holster, also sogenannte Innenbundholster. Das linke, wo meine Glock 17 drin steckt, ist ein klassisches Innenbundholster, das in die Hose reingesteckt wird. Und hier seht oben drauf die Klammer, die sich dann in den Gürtel, unterhalb des Gürtels, einklemmt. Rechts daneben sehen wir eine andere Variante des Innenbundholzes, das ist fast schon in den Appendix-Style rein, wo die Waffe mit montiertem Zubehör, zum Beispiel Lampe Laser, geholstert werden kann. Hier haben wir jetzt das Pendant mit Druckknopf zu den erstgezeigten Holstern. Ich erwähnte es ja kurz, ich verwende die ja für meine Walther PK 380. Dieses Holster für die Glock 17, da passt die Walther PK 380, wie gesagt, rein. In diesem Fall haben wir die Möglichkeit der sogenannten Rotation. Das heißt, die Gürtelschlaufe kann zum Beispiel gegen das rechts liegende Paddle ausgetauscht werden und es kann auch im Winkel ausgetauscht werden. Die Retention wird hier über diesen Druckknopf im Abzugsbügel erreicht. Das heißt, ohne den Knopf zu drücken, kann ich die Waffe nicht aus dem Holster ziehen. Es ist ein sehr leichtgängiger Knopf, sodass nicht viel Druck ausgeübt werden muss, wie zum Beispiel bei den amerikanischen Herstellern wie Blackhawk & Co. So, wir haben hier jetzt noch oben rechts die Möglichkeit eines sogenannten Molle-Adapters. Das ist für diejenigen, die zum Beispiel eine taktische Molle-Weste im Airsoft-Bereich wäre eine Option, aber halt auch im taktischen Bereich, um eine Waffe, ein Magazin-Pouch, was auch immer für Zubehör an die Molle-Weste anzubringen. Das ist ebenfalls in der Neigung etc. einstellbar. Rechts daneben, quasi davor, sehen wir dann auch die Option eines Schultergurtes, eines sogenannten Shoulder-Harness. Das ist zum Beispiel für Schulterholster. Da habe ich zwei Montageplatten. Ihr seht auch diese gezackten Bereiche. Da kommen die Holster rein. Da passt zum Beispiel das Rotationsholster, was ich euch eben gerade gezeigt habe, wo die SIG P226 zum Beispiel drin steckt. Kann man dort mit dran bringen. Man kann dort auch, wenn vorhanden und die Möglichkeit besteht, beim Rotationssystem, Magazin-Pouches etc. dran anzubringen. Also hier wie früher auch ein komplettes Shoulder-Rig aufbauen kann. Hier haben wir jetzt ein Knöchelholster, Ankle-Holster. Das ist ein komplett gepolsterter Bereich mit dem Holster, der dann um den Unterschenkel, Knöchel umwickelt wird und dann fixiert wird, um dort die Waffe super verdeckt zu tragen. Meistens sind das extremst kompakte Waffen. Wir sprechen hier tatsächlich um den subkompakten Bereich, also ganz, ganz kompakte Waffen. Selbstverständlich bietet Phobos auch weitere Zubehör-Optionen an, wie jetzt hier für Single- und wie auch Double-Stack-Magazine. Die Pouches als Gürtel-Variante, auch als Paddle-Variante, hier vorne links. Ganz rechts, wo das Glock-Magazin drinsteckt, ist für Gürtel-Variante. Auch diese gibt es in der Version Rotation. Wir haben oben links dann auch die Option als Paddle-Version für Smith & Wesson Handschellen, ein Gürtelhalter für Handschellen-Systeme. Hier rechts haben wir dann zum Beispiel ein System, was ich ganz nett finde, weil es einfach eine sehr flexible Möglichkeit bietet, eine Gürtelplattform anzubieten, die an die unterschiedlichsten Gürtel mittels dieser unten sichtbaren Rändelschraube eingestellt werden kann. Das heißt, ich kann hier Anzuggürtel, ich könnte hier einen taktischen Gürtel, Wettkampfgürtel, ich könnte auch militärische Koppel verwenden und kann das hier nahtlos einstellen. Dann haben wir auch noch hier in der Mitte die Druckknopf-Holster. Das heißt, wir haben oben ein vergleichbares System wie das Blackhawk mittels Knopfdruck zum Entsichern. Das ist einfach die neuere Generation von dem, was ich für die PK 380 verwende, in dem Moment als Paddle-Version. Darunter haben wir eine Variante mit Daumenknopf, wo also die Entriegelung nicht mittels Zeigefinger erfolgt, sondern über den Daumen links neben dem Griff. Und dann haben wir ganz links ein Oberschenkel-Rig, eine Oberschenkel-Plattform, wo dann auch die unterschiedlichsten Holster, zum Beispiel hier, wenn ich es richtig erkenne, über den Paddle angebracht werden können. Ich mag den Hersteller Phobus eigentlich sehr gerne, weil er eine unwahrscheinlich große Bandbreite an Produkten hat. Das könnte hier auf dem Tisch, was ich ausgebreitet habe, durchaus sehen. Es ist sehr flexibel, es ist universell einsetzbar, es sind ausreichend Toleranzen in den diversen Produkten hinterlegt, dass man also auch alternative Waffen vielleicht dort mit geholstert bekommt. Also ich verwende die Phobus-Produkte zum Beispiel für meine P07 Kadett, ich verwende sie, wie schon erwähnt, für meine PK 380 etc. Also da ist unwahrscheinlich viel Potenzial drin. Und preislich sind sie absolut im unteren Segment, sind qualitativ ziemlich gut, liegen preislich die Holster immer irgendwo zwischen 30 und 40 Euro. Und das ist ein Preis, den kann man durchaus akzeptieren. Sehr, sehr empfehlen kann ich tatsächlich die Rotationsvarianten, die kosten kaum mehr, bieten aber einfach etwas mehr Flexibilität beim Anbringen und verwenden mit Einstellmöglichkeiten etc. Zur Verfügung gestellt wurden mir all diese Produkte von der Firma Phobus-Holster.de aus Berlin. Ich hatte ja schon mal mit ihnen zusammengearbeitet. Vielen Dank für die Bereitstellung. Und schaut da einfach mal vorbei. Es sind sehr tolle Produkte, sehr vielseitig und es wird eine sehr, sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Waffenmodellen abgedeckt. Also ich kenne kaum einen Hersteller, der so eine Bandbreite zur Verfügung stellen kann, was insbesondere, wenn jemand schnell ein Holster benötigt oder irgendetwas Besonderes braucht, weil er irgendeine Waffe hat, für die es sonst keine sportlichen Holster gibt etc., dann ist Phobus durchaus eine Marke, die man in Erwägung ziehen sollte und einfach mal vorbeischauen. phobus-holster.de Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.